Maya und Lina Hallo, ich füttere Lina mit Milch. Hallo, habt ihr Maya vielleicht gesehen? Ich bin hier. Hallo, was machst du hier? Ich füttere. Wollen wir vielleicht spielen? Ja, gerne. Verstecken? Oh ja! Spielt Lina auch Verstecken mit uns? Ja! Komm! Maya, und wer fängt an zu suchen? Du! Wieso ich? Lass uns abzählen. Ist gut. Ene Mene misst es, krabbelt in der Kiste, Ene Mene meck und du bist weg. Juhu! Juhu! Du suchst! Okay, ich zähle bis 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komm dich suchen. Lina, wo willst du dich verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Sieht man mich? Man sieht mich. Ui, ich hab Angst. Aaaaaah! Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt euch gut versteckt. Hier ist niemand. Oh je, ich habe solche Angst. Sicher nicht. Da bist du ja. Ich habe dich gefunden. Lass uns Lena gemeinsam suchen. Maya, sag uns bitte, wo sich Lena versteckt hat. Im Bällebad. Wo ist sie? Wo? Hier nicht. War sie sicher hier? Ja. Dann lass uns suchen. Okay. Wo könnte sie sein? Hier vielleicht? Lina ist Schnuller. Ich glaube, sie ist draußen. So geht das aber nicht. Lass uns draußen suchen. Maja, was ist das? Pfeile. Wir laufen einfach den Pfeilen nach. Noch einer und noch einer und noch einer. Die hat sicher Lina gemalt, damit wir sie finden. Mama, die Pfeile sind rot. Rot. Mama, da ist sie. Letzter Pfeil. Da ist Lina. Da ist Lina. Da ist sie. Da ist sie. Lina, du darfst nicht aus dem Haus gehen. Alleine. Alleine. Die hätte etwas zustoßen können. Ja. Spielst du mit deinen Spielsachen und Freunden verstecken? Dann gib uns ein Like und schau dir die neuen Videos von Maja und Lina an. Tschüss. Maja und Lina. Lina, 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 Lina. Maja, was ist denn passiert? Der Reifen ist platt. Wir müssen ihn aufpumpen. Maja, schau. Ich habe eine große Pumpe. Hilfst du mir? Ja. Super. Halt den Schlauch am Rad und ich werde pumpen. Irgendetwas klappt nicht. Klappt trotzdem nicht. Wir müssen uns was anderes überlegen. Oh, wir brauchen Werkzeug. Klasse. So viel davon. Es klappt nicht. Wir müssen das Rad auswechseln. Genau. Was für ein tolles Rad, Maya. Wir brauchen so ein zweites. Oh. Oh. Juhu. Hurra. Ah. Ah. Was für ein Auto. Los geht's. Los geht's. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Na, hat es euch gefallen? Ich hab noch Räder. Gib mir, Lina. Ich helfe dir. Was für ein schweres Rad. Maya, lass mich selbst das zweite bringen. Gut. Wo ist das Rad? Da ist es. Jetzt haben wir einen Geländewagen. Cool, nicht wahr? Ja. Auf geht's. Ja. Wir haben super Räder. Magst du es, mit Autos mit großen Rädern zu spielen? Dann gib uns ein Like und folg unserem Kanal. Maya und Lina. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Maya und Lina. Hallo, wir gehen mit Lina rutschen. Lina, wieso weinst du? Lina, wein nicht. Maya, was ist passiert? Sie scheint zu weinen. Dann nimm sie in den Arm. Komm, ich mach es. Es klappt nicht. Sie weint trotzdem. Maya, versuch du es mal. Sie weint trotzdem. Komm, wir wiegen sie im Kinderwagen. Genau. Genau. Vielleicht sollten wir ihre Höschen überprüfen. Genau. Oh, sie hat Pippi gemacht. Lass mich mal. Tatsächlich, wir müssen ihr die Windeln wechseln. Danke. Weint sie? Ja. Was will denn deine Lina, Maya? Ich weiß es nicht. Sollen wir sie füttern? Ja. Lass uns in die Küche gehen. Okay. Setz Lina auf den Stuhl. Was wird sie essen? Kinderbrei. Müssen wir zubereiten. Genau. Kipp Wasser rein. Vorsicht, nicht verschütten. Jetzt den Deckel schließen. Maya, das Wasser kocht. Bring die Mischung. Danke. Nimm einen Löffel und rühre um. Fertig. Probieren wir mal. Ja. Ich glaube, hier fehlt Zucker. Mh. Mh, lecker. Mama, lass mich auch mal probieren. Natürlich. Mama, hier fehlt Salz. Genau. Das habe ich vergessen. Hier hast du das Fläschchen. Mama, Mama, Lina weint nicht mehr. Hurra. Da bin ich ja froh. Maya, gut gemacht. Wirklich. Maya, hast du verstanden, wieso Lina geweint hatte? Ja, sie hatte Hunger. Drück auf Like und schau dir das nächste Video von Maya und Lina an. Tschüss. Tschüss.